Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraße heimwärts ging. Für alle. Der Hefti. Nach dem Putzen muss man sich auch einen Schluck genehmigen. Der Hefti ist verschlagen. Also hier in der Kamera sieht man nichts. Du hast eine ganze Flasche Wein für dich. Mit einem Glas. Facts. Kann man das jetzt einfach? Das müssen wir jetzt schauen. Wie funktioniert das denn? Darfst du es drehen? Wie willst du es denn einfach ziehen? Ja, jetzt drehen. Achtung, genau. Aber zuerst richtig runter drehen. Ich meinte, du wolltest Chef den Service im Bistro werten. So wird das nicht. Das macht der Kaffee nicht nur so. Einmal an Andersen. Ja, kass. Ich sehe den Zopf. Manibt dich beide Dutschen. Ja, du. Ja, du. Äh. Ahhhh. Gernot. Ich brauche eine Flasche. Kochwein. Das ist... ...Metaleder. Probieren wir. Zapfen? Würdest du im Bistro auch so servieren? Werde ich den Mett über die Anstelle. Ja. Wolltest du es ausspülen? Heftig. Im Bistro so als Kellner oben ohne. Wie viel was stört in der Stunde? Ah, das ist gut. Wie viel was stört in der Stunde? Wenn du ohne ohne servierst im Bistro. Nur 100. Ah, ein Putzer ist wie bei 100. Ja, der Mett würde ich vielleicht anstellen. Heftig ist ein bisschen anders. Wer möchte etwas ein? Wolltest du auch etwas stellen? Du bist der Einzige. Ja, das geben wir gleich ein Löffel. Ja, dann musst du halt geholt. Gut. Tschaui. Wolltest du auch etwas? Naja. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder. Irgendwann geht es zurück. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020